Und jetzt aus der Universität des Saarlandes, Orga TV, der Sender im Internetformat. Hallo und herzlich willkommen zu Orga TV. Wie man unschwer erkennen kann, hatten wir ja eigentlich hier heute eine Baustellensendung geplant. Sprich, wir wollten umgehend, umfassend über die Baustellen an der Uni informieren und wollten eigentlich auch jemand hier im Studio bei uns begrüßen, der mit uns über dieses Thema spricht. Nicht. Tja, wie ihr sehen könnt, hat das leider nicht funktioniert. Es kam ja nicht keiner. Das ist nicht ganz richtig. Also wir haben viel telefoniert und wir wurden immer wieder an andere Stellen verwiesen. Und letztendlich war das dann heute Morgen, hätten wir uns wieder an jemand anderes wenden sollen. Und da haben wir gedacht, naja, schmeißen wir die ganze Sendung um und machen wir Unialltag. Unialltag an der Saar-Uni. Ja, wir haben uns da gedacht, Baustellen zeigen wir euch trotzdem. Also auch dazu gibt es einen Beitrag. Außerdem haben wir uns beim Hochschulsport umgeschaut. Dann haben wir, was war Parkplatz, oder? Ja, natürlich. Ja, wir haben uns die Parksituation hier an der Uni angeschaut. Und natürlich, WG zimmerfrei gibt es auch noch für euch. Und wir starten, wie immer, mit den Orga-News. Vielen Dank. Informationsveranstaltung der Studentenschaft mit Universitätspräsident Linne Weber. Zum Thema Wohin mit der Uni findet am Donnerstag, den 10. Mai um 17 Uhr in der Cafeteria der katholischen Hochschulgemeinde eine Informationsveranstaltung mit Universitätspräsident Prof. Dr. Linne Weber statt. Moderiert wird die gemeinsame Veranstaltung im Rahmen des Projektes Student Services und Zukunftswerkstatt vom AStat der Universität und der Initiative Wissenschaft SAAR. Nach Angaben der Veranstalter soll es unter anderem um folgende Fragen gehen. Soll die Uni größer werden oder sich zu einer kleinen Elite-Hochschule entwickeln? Welche Fächer können bleiben? Welche werden stärker und welche sind gefährdet? Welche nachhaltigen und längerfristigen Projekte sollen mit den Studiengebühren finanziert werden? Und welches sind zukünftig die Aushängeschilder der Hochschule? Vortrag über die neue Zuglinie TGW-Est und ihre Chancen für die Region. Die Orga-TV-News berichteten bereits über die neue Hochgeschwindigkeitsstrecke zwischen Saarbrücken und Paris. Das Frankreich-Zentrum der Universität des Saarlandes lädt nun gemeinsam mit dem deutsch-französischen Gymnasium zu einem Vortrag von Werner Matthias Ried vom Joint Venture der Deutschen Bahn und der französischen Eisenbahngesellschaft SNCF ein. Der Titel des Vortrages lautet Der neue TGW Est-Europäer – Chancen für unsere Region. Die Veranstaltung findet am Montag, den 14. Mai, ab 18 Uhr in der Villa Europa, Kohlweg 7 in Saarbrücken statt. Neues vom Fußball Gewonnen! Das diesjährige Seminar-Team des Lehrstuhls Organisationen Personalmanagement hat die Seminarteilnehmer aus Siegen im alljährlichen Fußballspiel vernichtend mit 3 zu 1 geschlagen. Schauen wir uns noch kurz das Unifilmprogramm der nächsten Woche an. Am Dienstag, den 15. Mai, sehen Sie den italienischen Film Ich habe keine Angst. Dieser schafft es, mit der Intensität der Gefühle, dem Kontrast zwischen der Helligkeit des Kornfeldes und der Dunkelheit des Lochs, zwischen Spiel und Angst die Zuschauer in seinen Bann zu ziehen. So, wie euch eben Markus schon erklärt hat, haben wir ja heute leider keinen Studiogast in unserer Sendung. Aber wir haben uns trotzdem auf die Suche gemacht nach Meinungen zu dem Thema Baustellen. Weil das findet ja im Moment eigentlich zum Alltag dazu, auf unserer Universität. Wir haben ein paar Leute befragt, was haltet ihr von den Baustellen? Wir haben sogar zwei Angestellte befragt. Und was da so alles passiert ist bei unserer Umfrage und welche Eindrücke wir gesammelt haben, das sehe ich ja jetzt in dem folgenden Beitrag. Bitteschön! Ja, also die Baustelle ist schon super stressig, finde ich, weil man kann sich auch gar nicht mehr auf seine Studien konzentrieren. Und ich denke, wenn es ein leistungsorientiertes Gewinn bringt, das Unternehmen wäre, dann wäre die Baustelle in drei Tagen fertig gewesen. Es arbeiten ja meistens nur drei, vier Bauarbeiter hier. Die machen zwar ordentlich Lärm, aber passieren tut nicht wirklich was. Die Baustellen hier in dem Gebäude, die finde ich ganz toll, weil ich bin sehr für Veränderungen und das sieht ja auch alles ganz kacke aus hier normalerweise. Gut, der Lärm ist ein bisschen nervig, aber ich schätze, das lädt sich innerhalb der nächsten Tage. Und mehr Rostkunst bitte an die Uni. Also wir leben im Container seit 2004. Es ist sehr schön, vor allem im Sommer ist es klimatisiert in unserem Container. Das ist ein kleines Privileg, das wir haben. Und an dieser Situation wird sich wahrscheinlich innerhalb der nächsten zwei bis drei Jahre nichts ändern. Um ganz ehrlich zu sein, haben wir, ich, nie drüber nachgedacht. Ist ganz gut so vom Arbeitsplatz hier, schöne Aussicht. Und die Alternative wäre nochmal für zwei Jahre woanders hinzuziehen. Und das macht so viel Arbeit. Und insofern kann ich persönlich mich nicht beklagen. Musik Diese Baustelle quält mich jetzt eigentlich schon seit acht Monaten. Also seit Anfang September, wo sie mal das bisschen Biergarten ja weggenommen hatten, was wir hier aufgebaut hatten. Und es hat eine Bauverzögerung gegeben, weil neue Mittel beantragt wurden. Und jetzt endlich sehen wir so langsam Licht am Ende des Tunnels. Ganz schlimm war es natürlich im April. Wir hatten super Wetter im April und wir konnten noch nicht mal einen Tisch rausstellen. Das war für uns ziemlich verheerend und hat zu deftigen Einbußen geführt, die wir leider Gottes auch nicht mehr einholen können. Jetzt ist schlechtes Wetter. Und das ist natürlich auch wieder nicht gut, weil die Baustelle dann, weil die jetzt nicht richtig weiterarbeiten können. Aber ich hoffe, dass das Ende der Woche, Anfang nächster Woche, dass das hier mal durch ist und dass wir dann wieder ein bisschen freier durchatmen können. Ansonsten geht es ja überall auf der Uni noch weiter, da muss man es sehen. Und hier im Haus wird ja auch noch gebaut, das ist auch noch nicht fertig. Soweit, wie gesagt, es war für uns eine schwierige Zeit und ich hoffe, dass das jetzt bald ein Ende hat. So, und im Rahmen unserer Baustellensituation dachten wir uns, wir erklären euch jetzt mal noch das neue Leitsystem von unserer Universität. Wie ihr ja alle schon mitbekommen habt, wir haben neue Gebäude nun mal, das war schon eine Lärmung, aber nicht wirklich jeder hat sich verstanden, oder? Ich habe mich noch nicht mehr damit beschäftigt. Okay, ich bisher auch nicht, deswegen haben wir recherchiert, haben unseren Lageplan aufgehangen und erklären euch jetzt mal, wie das Ganze funktionieren sollte. Zum Ersten wurden unsere Universität in fünf Bereiche eingeteilt, nach den Buchstaben A, B, C, D und E. Also fünf Bereiche, A bis E, zur Grundorientierung. Genau. So, und jetzt nehmen wir mal als Beispiel das Starterzentrum. Starterzentrum, da haben wir zwei Gebäude, das heißt, es wurde unter der Nummer 1 zusammengefasst. Es sind zwar zwei Gebäude, aber eine Gruppierung, eine Gruppe wurde geschlossen und somit wurde daraus die Zahl 1 jetzt als Beispiel. Also Gruppenanordnung. Genau. So, und da gibt es ja nur eine zweite Zahl jedes Mal. Und die zweite Zahl ist ganz einfach die Gebäudenummerierung, sprich Starterzentrum 1 und Starterzentrum 2. Das heißt also, gäbe es jetzt fünf Gebäude, gäbe es Starterzentrum D11 bis D15. Genau. Okay, wie nennen wir das dann? Gebäude-Kennziffer. Und als Beispiel jetzt mal, früher war es ja das Gebäude 16, war nur die Gebäude-Nummer angegeben. Und heute haben wir das Gebäude B, 4, 1. Also ganz wichtig, die Zahlen nicht als zweistellige Zahlen nennen, sondern einstellige Zahlen. 4, 1. Weil viele sprechen ja davon, zum Beispiel B41 und das stimmt ja da nicht ganz. Wo hast du die Informationen hierzu eigentlich gefunden, Sandra? Tja, das war eine Menge Arbeit. Ich habe im Internet recherchiert, bei uns auf der Seite, auf der Uni-Homepage und habe mich da einfach mal überall durchgelegt, um da mal zu verstehen, was das überhaupt soll. Naja, aber ich denke, wir konnten euch jetzt vielleicht ein wenig näher bringen. Es scheint doch ein bisschen Sinn dahinter zu stehen. Es scheint gar nicht so kompliziert zu sein. Naja, aber nachdem wir jetzt hier mit den Baustellen eigentlich mal das, was wir besprechen konnten, besprochen haben, wollen wir jetzt zu unserem nächsten Thema kommen. Ihr seht es vielleicht, ich habe mich schon hier in Schale geworfen. Es geht nämlich um Hochschulsport. Und was wir dort alles so erfahren haben, das seht ihr jetzt. Hallo, heute stehen wir auf dem Multiterrainplatz. Neben mir steht Leo Steenen und er erklärt uns heute mal, wer er ist und was er so macht. Ja, ich bin frisch gewählter AStA-Sportreferent und demnach verantwortlich für den Sport an der Universität. Und welche Aufgabenbereichen fallen dir zu? Ja, also wir organisieren sportliche Events. Also nächste Woche zum Beispiel wird eine Campusliga stattfinden, eine AStA-Fußballliga hier auf diesem Platz. Die wird oben geschwenkt am Juristencafé und hier unten wird dann jede Woche, jeden Mittwoch von zwölf bis vier Fußball gespielt. Also eine richtig ernstzunehmende Fußballliga ausgespielt. Habt ihr denn noch weitere Events dieses Sommersemester geplant? Ja, also wir haben einiges vor. Also demnächst wird es ein Beachvolleyballturnier hier vorne geben. Dann in Zusammenarbeit mit dem USC wird es einen Handballcup geben für Fachschaften, Fakultäten. Das wird am 1. Juni stattfinden. Also wir haben einiges vor, zum Beispiel auch noch Kickerturniere. Hört sich super an. Und jetzt noch eine weitere Frage. Der Hochschulsport, steht da eine Kooperation? Ja klar, also wir müssen natürlich mit dem Hochschulsport zusammenarbeiten. Wobei da schon Aufgaben geteilt sind. Also der Hochschulsport ist mehr für so ein reguläres Sportprogramm zuständig, während wir mehr so einzelne Events machen. Neben mir sitzt der Leiter vom Hochschulsportzentrum, Herr Schlicher. Und er stellt sich jetzt mal kurz vor und stellt auch seinen Aufgabenbereich hier vor. Ja, schönen Dank für den Besuch. Wie gesagt, mein Name ist Rolf Schlicher. Ich bin hier verantwortlich für den Hochschulsport. Der Hochschulsport ist als zentrale Einrichtung ein Serviceangebot der Universität, das auch im Aufgabenkatalog der Universität so verankert ist. Und meine konkreten Aufgaben sind ein Sportangebot, ein, wie es so schön heißt, bedarfsgerechtes Sportangebot für die Studierenden und die Bediensteten der Universität, als Mitglieder der Universität vorzuhalten, für hier den Bereich in Saarbrück, aber auch für den Campus in Hamburg. Wie groß ist denn die Teilnehmerzahl? Wir machen jedes Semester Erhebungen und in der letzten Erhebung kommen wir auf etwa 3000 Teilnahmefälle pro Woche, sowohl hier als auch in Hamburg. Das ist ja schon eine sehr große Zahl. Gibt es neue Projekte für dieses Sommersemester? Im Rahmen unserer Gesundheitsorientierung haben wir ein Projekt seit 14 Jahren schon laufen, das nennt sich Uni in Bewegung. und das war bisher immer nur für die Bediensteten der Universität aus vorgehalten. Das sind mittlerweile zwölf Kurse, die in der Mittagspause abgehalten werden. Da gibt es Walking, da gibt es Kraftorientierung, also im Fitnessstudio, was wir betreiben, unser kleines Unifit. Da gibt es aber auch die ganz normalen Angebote der Ausgleichsgymnastik. Das sind dann Elemente der Rückenschule, der Wirbelsäulengymnastik, der Entspannung in diesem Dunstkreis, bieten wir das in der Mittagspause an. Das war das bisherige Projekt und neu ist jetzt, sogar wirklich brandneu, seit 14 Tagen läuft das, eine Online-Variante dieser Kurse. Und zwar war die Idee die, das, was eben in den Kursen als Präsenzveranstaltung läuft, begleitend nebendran auf eine neue Säule zu stellen und unter der Nutzung der neuen Medien. Wir haben so kleine Filme gedreht, in denen Übungen vorgestellt werden, aus den drei Bereichen Mobilisation, Dehnung und Kräftigung. Und in diesen drei Bereichen haben wir jeweils etwa zehn Übungen, gängige Übungen, die man ganz bequem auch am Arbeitsplatz machen kann. Herr Schlicher, das war jetzt sehr informativ. Ich danke Ihnen für dieses Gespräch. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg für dieses Sommersemester. und wir werden bestimmt noch mal auf Sie zurückkommen, wenn wir mehr Informationen brauchen. Vielen Dank. Ja, ich würde mich freuen. Ich bedanke mich auch für den Besuch und für die angehene Atmosphäre. Du, ich habe heute Morgen noch mal so lange einen Parkplatz gesucht. Es war echt unglaublich. Oben ist Parkdeck, Parkdeck war schon wieder gesperrt, wegen der Kinder-Uni. Es war eine ewig lange Reihe von Autos und es war echt unmöglich. Wie hat es bei dir heute geklappt? Tja, wie hat es bei mir geklappt? Natürlich war ich, ich sage mal so, ich denke, wenn man zwischen acht und neun hier ist, hat man theoretisch eine ganz gute Chance, einen Parkplatz zu erwischen. Aber nach dieser Zeit geht es halt immer im Kreis und im Kreis. Und ich habe auch keinen gefunden und ich musste heute noch mal höchst illegal parken. Aber ich meine, ich bin ja nicht allein. Also ich schätze mal, dass es jeden Tag hier so ein bis zweihundert illegale Parker gibt. Also man muss ja mal gucken, die grünen Streifen, es ist alles voll. Also die parken ja gerade, wo sie wollen, aber ich kann es verstehen. Ja. Ich finde hier auch nie einen Parkplatz. Ich weiß, dass man am Waldhaus noch parken kann, aber da ist ja die Konkurrenz von der HTW. Und die nehmen sich ja auch die Parkplätze, die sie brauchen. Ja, da haben wir uns dann halt mal gesagt, wir könnten doch mal die Leute fragen, die da Runde für Runde im Auto sitzen und eine Tour nach der anderen drehen und keinen Parkplatz finden. Ihr habt es wahrscheinlich auch gemerkt, heute war wunderschönes Wetter, auch zum Drehen. Das war uns aber egal. Ich habe den anderen geschnappt. Wir sind mal runter auf unser tolles neues Parkdeck, bei dem mittwochs halt ja schätzungsweise 70, 80 Parkplätze gesperrt sind, wegen Kinder-Uni. Das heißt, ich glaube, das ist für Eltern, die ihre Kinder abholen kommen. Ja, und auch hinbringen. Die verbringen den Nachmittag hier bei unserem Gebäude B41, wie wir jetzt wissen. Und dort finden eine Vorlesung statt für die Kinder. Und deswegen wird dann das obere Parkdeck mit Sicherheit bis zur Hälfte gesperrt. Aber das ist um drei. Ja, ich glaube, das fängt um drei Uhr an. Das heißt also, wenn das um drei anfängt, warum sind dann morgens von neun ab die Parkplätze eigentlich gesperrt? Weil ich würde mal vermuten, dass um drei Uhr sind genug Parkplätze nochmal frei für die ganzen Eltern mit ihren Kindern. Naja, aber wir hören uns mal an, was die ganzen Autofahrer dazu gesagt haben. Also bitte, film ab! Ja, ich glaube, das war's. Wie beurteilst du die Parksituation hier an der Saar-Uni? Im Moment ziemlich katastrophal. Ich habe jetzt auch schon einige Runden gedreht und musste hier wieder auf kreatives Parken zurückgreifen. Und früher war die Situation zum Teil auch noch schlimmer, als man da hinten noch hier bei diesem Parkplatz direkt vor der Mensa. Da hat man ja auch kreuz quer übereinander unterm Hang geparkt. Nur das Parkhaus bringt jetzt auch nicht wirklich eine Entlastung. Ja, also wenn man so genug da ist, kriegt man noch einen Parkplatz. Ansonsten hat man Pech gehabt. Momentan ist das ziemlich beschissen. So, also ich kurfe jetzt hier schon, naja, lockere Halbstunden. Sof ich den Parkplatz und jetzt habe ich einen, aber muss schon wieder weg. Ja, normalerweise fahr ich mal rein. Ah, okay. War immer so an allen Unis. Also ich finde das jetzt, muss man halt ein bisschen früher kommen und auf dem Parkplatz ein bisschen speculieren. Hi, ein Wort zur Parkplatzsituation hier an der Uni. Äh, relativ katastrophal. Okay, dankeschön. Ein Wort zur Parkplatzsituation hier. Ja, sieht man ja ziemlich schlecht. Also unmöglich eigentlich, ja. Dankeschön. Ah, hi, ein Wort zur Parkplatzsituation. Ach, da kennen wir zuerst. Es tut mir echt leid. Vielleicht sollten Sie es mal checken, dass um drei, wenn die Eltern kommen, für die die Parkplätze wohl vorgesehen sind, die meisten Leute eigentlich schon wieder weg sind und das Parkplatzproblem in die Uhrzeit gar nicht mehr versteht. Dankeschön. Entschuldigung. Was sagen Sie denn zu der Parkplatzsituation hier? Akastrophe. Ja, es sind zum Teil gesperrt und ich fahre schon um drei Uhr raus. Also ich könnte irgendwo, wo es perserviert ist, durchparken, aber ich darf nicht. Dankeschön. Wie viele Runden hast du hier gedreht? Ähm, also zwei und dann wurde zum Glück was frei, aber das war auch noch zu Fall. Vielleicht ein kleines Wort zur Parkplatzsituation? Abartig, abartig. Wie viele Runden drehst du jetzt? Der erste, aber ich denke, das wird nicht die letzte sein. Scheiße. Okay, danke. Ein Wort zur Parkplatzsituation? Ganz schlecht heute. Und die wie viele Runde drehst du? Es ist noch die erste, aber es wird wohl nicht die letzte sein. Parksituation? Am Arsch. Okay, dankeschön. Hi, ein Wort zur Parkplatzsituation? Braucht das noch Worte? Die wie viele Runde drehst du hier? Jetzt die zweite. Und glaubst du, es wird die letzte sein? Definitiv nicht. Vielen Dank. So, also die Meinung war ja wohl ziemlich eindeutig bei euch. Und ich finde es super, dass ihr euch heute Morgen auf den Weg gemacht habt. Bei dem Wetter, das war ja echt unglaublich. Und bei dem Chaos. Das war schon recht nass. Ja, ich habe es gesehen, wie ihr gekommen seid. Ihr wart bis auf die Knochen echt durchnässt. Aber, wie ihr seht, wir haben vor nichts Angst. Wir gehen raus. Wir probieren alles für euch einzufangen. Die ganzen Statements. Und das werden wir auch weiterhin versuchen, um euch alles etwas näher zu bringen und einigen Dingen mal auf den Grund zu gehen. Ja, ich hoffe, wir konnten euch jetzt auch so Teilaspekte des Uni-Alltags näher bringen. Wie jetzt Parken. Damit fängt es ja in der Regel dann an. Manchmal dauert es halt auch ein bisschen länger. Dann Hochschulsport. Für jeden, den es übrigens interessiert, auch über die Uni-Seite, findet ihr den Hochschulsport. Und also komplette drei, die nach vier Seiten fasst das Programm hier. Also da ist, denke ich, auch für jeden was dabei. Also jeder, der vielleicht auch mit Sport erst anfangen will, habe ich gesehen, gibt es auch für jeden Anfängerkurse. Und ich denke, das wäre doch auch so ein ganz guter Freizeitausgleich zum Rundfahren auf dem Parkplatz. Genau. Ja, Baustellen, wie gesagt, wir haben euch mal so ein paar Ecken gezeigt. Ist ja auch nicht wirklich schwierig, weil es ist ja an jeder Ecke eine Baustelle. Leider kein Gesprächspartner. Aber vielleicht können wir ja noch nachträglich ein Statement von einem Verantwortlichen einfangen. Sollte sich doch noch einer in den nächsten Wochen finden, wäre das wirklich sehr schön. Wir kommen sofort vorbei, machen ein Interview, falls Sie jetzt gerade zuschauen. Gerne. Ja, und eigentlich bleibt auch für heute jetzt nur noch eine Sache übrig. Und das ist unser Servicebeitrag. WG Zimmerfrei. Wir haben nochmal wild durch die Gegend telefoniert, hatten dann auch das Glück, dass drei nette junge Männer sich bereit erklärt haben, ihre WG zu zeigen, weil sie ja auch einen vierten neuen Mitbewohner wollen. Wir sind hingefahren, haben einen schönen kleinen Beitrag für euch gemacht. Und mit diesem Beitrag wollen Sandra und ich uns jetzt auch verabschieden bis zur nächsten Woche. Schaltet bitte wieder ein. Wir freuen uns über jeden, der uns zuguckt. Und ja, viel Spaß beim Beitrag. Macht's gut. Bis nächste Woche. Tschüss. 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 Ich bin der Michael. Ich bin ewiger, okay, nicht ganz ewiger Informatikstudent, zwar im zwölften Semester, aber so langsam nähert sich Gott sei Dank dem Ende. Sind hier zu viert in der WG und suchen jetzt dich als neuen Mitbewohner. Ja, hallo, ich bin Olli. Ich bin Informatikstudent im achten Semester im 24 und suchen neuen Mitbewohner. Das Zimmer ist 40 Quadratmeter groß, relativ hell und im Moment steht ein Schrank drin, der auch für einen geringen Beitrag abzugeben ist. Also unsere WG besteht seit 2002. Wir haben schon den einen oder anderen Mitbewohner gehabt, sind offen für neue. Ja, würden uns freuen, wenn du dann zu uns stoßen würdest. Im Moment bestehen wir so gesehen aus drei männlichen Wesen. Zwei Informatikstudenten, inklusive mir, und einem, naja, nicht ganz so existenten Piloten, der eigentlich mehr abwesend wie anwesend ist, da er immer on Tour ist, wie auch im Moment wieder. Also unser zukünftiger Mitbewohner sollte sich in die Wohnung integrieren, sollte auch abends mal sich mit ins Wohnzimmer setzen und zusammen Bierchen trinken, wenn gewollt. Und es wäre auch nicht schlecht, wenn er vielleicht auf WG erprobt wäre, da er dann schon Erfahrungen mit solchen Sachen gemacht hat. Mitbringen, wir haben alles. Ähm, Nichtraucher. Männlich, vielleicht. Besser. Keine Ahnung. Er soll zahlen. Abhängen. Und jetzt abhängen. Abonnieren. Äh, buck. Vielen Dank.